Danke nochmal, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. Klar doch. Mach dann alles fertig und sende Ihnen dann noch die Karte zu. Ja, sicher. Könnte aber etwas dauern. Bin beruflich unterwegs. Ah ja, kommt ja schon. Nähe ist einfach. Weil Sie die Sparkasse immer erreichen können. Von zu Hause, mobil und in der Filiale. Ist das für dich?